Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Golden Moody's Personal Training. Heute wieder einmal mit dem heiss geliebten TRX. Ich weiss, ihr liebt die Videos und darum machen wir einmal mehr eins. Und zwar machen wir heute eins zum Thema Oberschenkel und Füdle, damit ihr so richtig straffen könnt. Wir haben den Vorteil mit dem TRX. Ihr arbeitet vor allem mit eurem eigenen Körpergewicht. Und das ist genau das, was mir Frauen doch wollen. Dass es so richtig schön definierte, feine Muskeln gibt. Und das, was wir heute machen, sind immer 40 Sekunden mit 20 Sekunden Pause. Und wir machen insgesamt 10 Übungen. Das heisst, wir sind 10 Minuten dran und dann ist es schon durch. Also, wir machen uns gerade bereit für die erste Übung. Wir müssen einen Timer einstellen. Und zwar hängt ihr beide Beine, nein, eins Beine, in beide TRX-Schlaufenen in. Kommen in einen Ausfallschritt und kumpeln dann den besten Fallruhen. Ich starte hier gerade einmal. Also entweder tief kommen und aufstehen. Oder wenn ihr mögt, kumpeln dann. Gut. Und los. Es sind nur 40 Sekunden. Also probiert alles rauszuholen. Das hintere Bein ist richtig in der Dehnung. Genau. Und ihr arbeitet über das Vorderen. Sehr gut. Ich kann nicht zu fest zu euch schauen. Sonst hält es mich hier um. Wenn ihr nicht mehr mögt, einfach hoch und tief. Völlig euch überlassen. Letzten Paar. Gut. Wir wechseln den Fuss. Einfach hinten ausfädeln. Mit dem anderen Fuss. Gut durchatmen. Achtet euch auch darauf, dass ihr wirklich während der Übung auch wieder wiederholig schnauben könnt. Gut. Also. Kommen wir genug weit nach hinten. Und hoch. Genau. Wir probieren einen grossen Schritt zu machen. Das eine Bein ist immer ein bisschen schwieriger als das andere. Aber das schaffen wir schon. Genau. Ab fädeln. Ab fädeln. Aus- schnauben. Seht gut. 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 Wir hängen uns ab. Wir liegen hier runter. Ihr kommt mit einem Fuss hinein. Ich kann den ganz einfädeln. Das ist euch überlassen. mit dem oberen Einfädeln, hier im Plank abstützen, Bein strecken, hoch kommen und wenn ihr mögt, kommt ihr mit dem hoch und tief. Ganz eine kleine Bewegung, wenn es nicht mehr gehen soll, kommt ihr so und einfach hoch und tief, oder bleiben, aber probiert hier noch zu bewegen, gut, dranbleiben, ich weiss schon, dass es zieht, wir ziehen es auch, oh mein Gott, der mit Innenschenkel rein, einfach, dass wir es wissen dürfen, gut, wir kommen auf die andere Seite, wieder ganz ausfädeln, ich drehe euch schnell drunter zu, sorry für das, ihr seht das wenigstens von jeder Perspektive, gut, also abschützen, Höhe, und das Beste probieren rauszuholen, genau, Körperspannung, super, wenn ihr nicht mehr mögt, schnell Pause, und wir gehen weiter, Hälfte haben wir schon, tief schnauben, oh, noch 10, da schaffen wir, 3, 2, 1, gut, dann bleiben wir gleich hier am Boden, und ich komme mit der Fersen in die Schlaufe rein, wir kommen von hier aus hoch, und unten strecken wir die Beine noch, ich zeige es euch gleich, hoch, tief, aber nicht den Boden berühren, Bein strecken, anziehen, hoch, tief, Bein strecken, gut, wir versuchen immer das gleiche Tempo zu fahren, und wenn ihr das viel anhebt, bleibt der Rippenbogen tief, nur Hüfte nur, nicht aus dem Rücken raus zu arbeiten, so, Hälfte haben wir, wir machen stehend weiter, und zwar kommen wir mit einem Fuss entweder in den Beinen oder in eine Schlaufe rein, hier, ihr könnt ganz ein gehen, und ein wenig seitlich kommen, die Zehen nach aussen drehen, und wir kommen tief, und wieder hoch, passen auf hier, dass ihr nur so tief runter geht, dass ihr auch wieder hoch kommt, also nicht überschätzen, und schaut wirklich, dass ihr die Zehen nach aussen habt, dass ihr hier wieder hoch kommt, und jetzt mal den Innenschenkel arbeitet, genau, super, gut, andere Seite, ausfädeln, oh mein Gott, oh, schaut darauf, dass ihr wirklich absitzt mit dem Fügelchen habt, so seht ihr es jetzt gleich nochmal ein bisschen besser, Zähne nach aussen, gut, und jetzt schauen wir mal schnell zu, ich komme hier tief, und mache nicht einfach so, sondern wirklich tief runter, und wieder hoch, genau, sehr gut, ganz schön, wir kommen, Wir haben. Gut Atmen. Ohne die Hälse probieren. Immer den Rücken ausbleiben. Gut. Wir hängen wieder raus. Seid vorsichtig. Nicht, dass ihr umgeht. Wir kommen jetzt mit den Füssen oder mit den Fersen wieder rein. Stützt uns auf den unteren Arm ab. Gesäßuhr, auseinander und zusammen. Schauen, dass ihr mit dem Füssen hier oben bleibt. Und dass ihr nicht irgendetwas macht, dass ihr hier jedes Mal wieder runterkommt. Sondern wirklich Füssen in die Luft. Genau. Ruhig schnaufen. Jetzt sind noch zwölf. Schaffen wir. Vier, drei, zwei, eins. Gut. Super. Dann kommen wir noch in die letzten zwei. Und zwar kommen wir in einen Ausfallschritt. Ich könnte das TRX mit beiden Händen halten. Wir kommen in einen Ausfallschritt und mit dem Knie durch. Ich drehe noch ein wenig ab. Gut. Also. Wir kommen mit links hinten und durch. Genau. Einfach im Tempo. Wenn ihr schneller mögt, machen wir schneller. Ist völlig neu überlassen. Aber einfach das Tempo beibehalten. Genau. Kommen wir tief runter mit dem Knie. Noch sechs Sekunden. Gut. Die Seite wechseln. Letzte 40 Sekunden. Fuss verankern. Und machen einen Schritt nach hinten. Ok. Dann tief schnauben. Und los. Schritt und durch. Genau. Achtet euch darauf, dass ihr einen grossen Schritt macht. Dann hier wirklich das Gesäß, das arbeitet und dann wieder bei jeder Wiederholung atmen. Vergesst das nicht, ich verschenke jetzt viel Energie. Wir können die Knie hochziehen, keine halben Sachen. Noch drei, zwei, eins, gut! Wir haben es geschafft, Leute! Zehn Minuten, ich glänze schon wieder. Wir können meinen, es war weiss nicht was. Ich hoffe, es hat euch Spass gemacht zum Mitmachen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Like hier. Ich könnte auch gerne diesem Kanal folgen, oder besser gesagt meinem Kanal. Dann seht ihr immer wieder, wenn ein neues Video kommt. Sonst danke ich euch vielmals fürs Mitmachen. Es hat übrigens recht viele, so 10 Minuten Videos. Also wenn es euch jetzt noch zu wenig streng war, dann macht ihr einfach noch so eins. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!